Hi, hier ist Maria von Visaya Solutions und heute stelle ich Ihnen das Produkt PicoMag von Andrus & Hauser vor. Wenn Sie eine kosteneffiziente Lösung für eine Flüssigkeitsdurchflussmessung in begrenzten Räumen nötigen, dann ist das das richtige Produkt für Sie. Was wir hier haben, ist ein elektromagnetisches Durchflussmessgerät oder auch Magmeter genannt, was aufgrund seiner Größe fast in jede Anwendung hineinpasst. Wenn Sie irgendwelche Art von Wasseranwendungen haben, wie Kühlsysteme, Trinkwassersysteme oder Spülsysteme, dann ist das genau das richtige Gerät für Ihre Anwendung. Aber natürlich können Sie den PicoMag auch in CEP-Systemen einsetzen oder um den Bierverbrauch in Ihrem Pub zu messen. Dieses kleine Gerät bedient viele Extras. Es ist sehr leicht zu konfigurieren und auch einzurichten. Danke dafür an die Smart Blue App und die Bluetooth-Verbindungsmöglichkeiten. Beachten Sie dabei nur, dass Sie maximal 10 Meter vom Gerät entfernt sein können, sonst funktioniert das leider nicht. Wenn drahtlos aber einfach nicht Ihr Ding ist, dann bietet der PicoMag viele weitere Kommunikationsprotokolle, wie IO-Link, einen Spannungs- oder auch einen Stromausgang. Der PicoMag ist ausgestattet mit einem automatischen, drehenden LCD-Display, der sogar die Temperaturmessdaten anzeigt, dank des integrierten Temperatursensors. Falls Sie Ihr Handy mal im Büro vergessen haben, ist das auch kein Problem. Sie können alle Daten direkt vom PicoMag abrufen, dank der integrierten Klopffunktion. Alle technischen Spezifikationen zum PicoMag können Sie unter dem Video finden oder besuchen Sie einfach unsere Website. Bevor Sie sich entscheiden, den PicoMag zu kaufen, beachten Sie, dass er nur mit konduktiven Flüssigkeiten funktioniert. Er misst nur in einem Temperaturbereich bis 70 Grad und die Durchflussrate muss zwischen 0,4 und 750 Liter die Minute betragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Sie den PicoMag wirklich kaufen wollen, dann rufen Sie uns doch einfach an. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen helfen können, das richtige Gerät für Ihre Anwendung zu finden.